Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, wir sehen hier wunderschöne Spuren dieser großartigen Flieger für Recht und Gerechtigkeit, für Demokratisierung und Gleichberechtigung. Es ist Montag in der Früh und sie haben schon so brav gearbeitet. Und hier, alle Wege scheinen nach Rammstein zu führen. Interessant, wenn ihr euch das anschaut, 1, 2, 3, 4, 5 Trails. Also, das heißt, die Maschinen fliegen sozusagen nicht nach New York, Stockholm oder London, sondern sie fliegen offensichtlich alle nach Rammstein. Und das ist gut so, weil es geht hier ja nur um eine, ich würde sagen, warum geht es hier einfach? Es geht hier dafür einfach, um wunderbare Arbeit zu leisten. Ende.